Manche sollen, ich selte reden nach der Schrift und nicht so quirlen und rollen, sondern etliche, sonst das aus mir nichts waren. Was die ja quirlen, die Mutter quirlt, der Vater rollt und auch der Onkel Klaus. Sie sind da war irgendwas geworden und bringen auch Geld aus Haus. Wir sind verschneue, aber wir wollen es alle unterhalten. Denn was wäre mein Schal aus Granit, das Rott an Hölze fallen und nimmt mich ja noch auf den Arm, na und? Das kann passieren. Ich bin ja Elberlausitzer und das kann jeder hören.